zack wapel wapel es auf jeden Fall schon mal interessant was wir hier gefunden haben und dann hier hat es nicht allein gefunden so so noch ein bisschen mehr wapel Miss Wapel investigiert wir sitzen bei dir ich weiß nicht ob das so gut ist weil ich merke gerade die Sanity geht hier ganz schön runter ja weil wir hier bei den bösen Blumen sind ach so es sind noch ein paar Spinnen also ich glaube nicht dass das ein guter Lagerplatz ist ok dann gehen wir zurück aber wir können am nächsten Tag wieder her ist das eine Idee ja äh ja wir können ja ein Stückchen weiter außerhalb lagern reicht ja schon oder so oh wow yummy mighty angewegspinne oh guck mal hier sind auch direkt Sachen das direkt hier lagern ok soll ich mal ein Feuerchen bauen ja mach mal bei mir ist das gerade überall rot ich habe gar nicht so viel zu essen mitgenommen ich kümmer mich drum stirb 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 sehr aber du halt auch mir doch egal leckere Karotte mhm schmackfatz was davon guckle komm raus guckle komm raus aus deinem Loch äh gut da nicht so äh nacht ist es noch nicht äh äh bsb 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 so hier noch ein bisschen Flint einsammeln ich sage mein Inventar ist relativ voll äh Chester achja stimmt bsb 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 hmm mhm mhm weiss nicht zünd mal hier nen Baum an oder zwei so guck mal da kann man hier die ganze Nacht über lustige Sachen machen weil es ja hell genug ist dafür muss halt bloß ein Baum brennen ne mehr brauchst nicht was ist hier noch so schön es gibt ich liebe dich jetzt das läuft hinterher macht krach ich kann es ich kann es töten es macht krach wenn er töte ich es ich habe sie diese noch eine nein 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 was hast du getan warte mal müssen wir da irgendwas ins feuer werfen machst du da ich wollte gerade was ins feuer die kinder garten hier gerade ich bereue es dass wir die viecher gefunden haben ich bereue es dass wir die viecher gefunden ich kann es angreifen nein das war meiner ja ich habe es gerade gemerkt ich habe nichts mehr zu essen oder bleiben die denn oder verschwinden am tag verschwinden die die verschwinden die die gehen wieder ein ja ja die graben sich wieder ein ja dann ich treffe nicht das hüpft sie herum guck 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 dich mal du stehst da so voll grimmig und es hüpft so neben dir so meine güte ich wollte gerade sagen ich tue ich mal in chester rein weil die verderben ja auch nicht daraus kann man diese panflöten machen daraus baut man panflöten ist ja interessant aber ich mache jetzt ja leckeres monster miet so wird jetzt mal wieder tag hallo tag tag dank schön jetzt können wir weiter hier ist ja holzkohle und hier sehr merkwürdig so ich vermisse dieses recht jetzt echt jetzt jani sind wir weit spinnen noch eine hande mit ok am tag sterben wir einfach deswegen kramen sie sich wieder ein nach gut zu wissen die frage ist wenn du so eins hast und das in der nacht hin legst das bleibt einfach tot liegen könnten wir könnten wir mal ausprobieren ich weiß nicht ja einfach mal nachts so so ein ding ja jetzt hätte ich schon wieder voll und hier ist auch so ein total ein wurmloch einfach mal gucken ok die sind nämlich auch noch gräber ich würde nämlich die vielleicht noch ausheben wollen wir landen oben in der wüste ok dann nehme ich jetzt hier mal so ein grab aus kommt zurück und das geist drin vielleicht hilft das für den geist ja 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 wer weiß geister können schlafen weiß nicht ewig schlafen geh mal die paren aber wollen wir vielleicht in das wurmloch springen nee lass hier weiter du hast eingeschlafen ja da kommt also dann ist ja okay zwei waren haus nach mehr schweinemänner hallo schweinemänner wollte nicht gegen die euren geist kämpfen kämpfen gegen den geist gibt ihr mal monstermiet habe ich gegessen du hast das ganze monstermiet ich habe noch zwei monstermiet von den tatsache die greifen die geistern attacke greift ihn an ich kate oder geistern ganz schön angeschlagen mehr geist ist weg der kaputt okay weil ich mache erst mal ein lagerfeuer hier bei den schweinemännern oder okay ist so ein schöner platz dann kann man sich nämlich erst mal wieder aufwärmen so das war nicht so schön egal essen ist essen nein macht der schweinemensch hier soll der nicht schlafen gehen ich freundlich ach so ja ja den ach so du hast den befreundet dem was zu essen gegeben ist frech ich gehe mal kurz ein bisschen holz sammeln obwohl das eigentlich eine doofe stelle ist ja aber ich habe die panflöte dann ist ja okay so ich guck mal nö die sind tot die kommen nicht wieder nichts da wirst du ja das ist tot ach ja ich kann warte lass mich mal anhauen dann mache ich den hier er macht mich mit vielleicht weil es dunkel ist nachher mal jetzt wieder tag zuerst hast du zufällig nicht noch was dabei oder ich habe einen monster mit noch jetzt habe ich das jetzt gerade so gewissen die stadt auch guck alles klar der hatte so gefuttert auch gut so als es wieder nacht viel stelle verdacht wo ist ne ach meine axt ist kaputt gegangen deswegen aha ruhig gerade wo ist meine axt hin so jetzt schaufel wollte ich haben genau dann alles ausgebuddelt dann sieht man ja auch was wir machen muss sie gar nichts ach da ist der rest okay liegt alles im dunkeln so besser die nächste sind verdammt lang ja gut ja eben das liegt daran was winter ist hast du ein paar handflöte noch ja ja also du bist schon auf hab acht ich warte schon drauf so alles schön ausgebuddelt so schaut doch gut aus ich hab noch eis kann ich eis ja eis kann ich essen bringt mir aber nicht zu viel wo sind wir denn überhaupt stimmt mal gucken ja wir sind ganz schön weit weg von unserem lager oder ja geht ne moment wo ist denn das ach da achso weil ich die karte wieder gedreht habe das ergibt sinn so wir können ja jetzt so einen bogen oben rum machen oder wie gehen wir unten geht es hier nach rechts weg nach rechts ja das ist irgendwie ein übergang zum portal weil dann könnten wir da den den kreis schließen und übers portal wieder zurückgehen nach unten rechts achso ne da ist kein übergang und das das loch dieses wurmloch hatte ich wohl gebracht da oben in die wüste naja ok ich glaube ich lege mal noch ein bisschen holz auf ja das schweinemann dreht voll ab ganz ruhig schweinemann wir haben genug licht vertraue uns wir wissen was wir tun mh mh sieht nicht so aus als ob er uns vertraut hm 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 ß when der Cor котор bund sein humanities I love friends oder so so I follow Fdled ich gut so You frent ok Los gehts jetzt wohin Du sache ich gehe jetzt hier lang. Der hat da mal nen anderen Baum. Ja geil, der hat dann den auch. Alles klar. Wir brauchen ganz schön lange. Er nehmt trotzdem alles mit. Hat er gut gemacht, Eugen. Hat er gut gemacht. Schwupp. Oh. Und da ist direkt die Schaufel kaputt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Kann man neu bauen. Zack. Ja, ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Ich wäre schon wieder klein und schwächtig. Willst du ihn? Oben, oberhalb. Achso, du wolltest so rum. Ah, so wolltest du den Bogen schlagen. Verstehe. Stein, Stein, Stein. So, das nehm ich auch noch mit. Zack. Ja. Rein in meine Tasche. Das sind ganz schön viele Schweinemenschen in dem Wald, ne? Ja. Waldmenschen. Waldschweinemenschen. Schweinebärwaldmenschen. Okay, hier ist nichts mehr. Wir können auch noch hier unten rum nochmal gucken. Hm, ich müsste... Ja, ich geh zurück ins Lager. Okay. Oh, guck mal. Hm, ich glaub das kann man anfassen, ohne dass irgendein Fluch auf uns niederbricht. Ja, natürlich. Also, ich kenn mich doch aus. Ja, easy. Doch haben wir das auf dem Hinweg nicht gesehen. Keine Ahnung. Wir waren so abgelenkt von dem Zeitpunkt. Wir waren so abgelenkt von dem Zeitpunkt. Oh, hier ist immer riesen spinnen Ding. Ja gut, äh, gehen wir mal lieber. Ja, ich hab Hunger. Ich hab nur noch 99 Ess, also nur noch 99 Hunger. Der hat über viel Hunger, der Junge. Aber guck mal, wie... Oh, ich hab ein Geschenk bekommen. Da oben. Es braucht mehr Wissenschaft. Mehr Wissenschaft für Geschenke. Guck mal, der sieht auch ganz traurig aus. Der braucht ein Geschenk. Hm? Nee. Nee. Nee, ich bin immer ja auch kacke. Oh, jetzt wird's dunkel. Ah ne, ist nur die Vorstufe von dunkel. Fast dunkel. Ja, dann gucken wir mal, was wir für ein schönes Geschenk kriegen. Der macht im Demarwald. So. Bin ich denn überhaupt richtig? Ja, doch. Am Schnee sieht man aber die Wege nicht so gut. Hm. Ah, das ist der Elefant. Elefant, zurück in den Wald. Zurück in den Wald, Elefant. Ja, gucke nicht so. So. Erstmal Geschenke auspacken. Nee, erstmal Feuer anmachen. Dann Geschenke auspacken. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So. Mal gucken. Opening Geschenk. Oh, guck mal, wie traurig der guckt. Ich hab'n Geschenk. Oh. Oh, cool. Was ist das? Ein Rucksack. Ja, kann ich nicht... Usenow kann ich nicht machen. Nicht? Vielleicht weil du ein A auf hast. Das kann sein. Vielleicht hat der nämlich mehr Plätze. Das kann echt sein. Dann lass mal hier... Kann man nicht so ein Dings bauen? Ja, kann man. So ein, äh... Dresser. Heißen die, glaub ich. Will ich nämlich mal gucken, ob das... Mighty. Ah, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt bin ich auch wieder oberkörperfrei. Ha, ha, ha. 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 Das ist ja geil. Wir haben ja die Eis wirklich direkt nebenan. Das Eis hier. Das Eis hier. Das Eis. Ich. Nein, Maulwurf. Oh. Oh. Den kann man auch mit der Axt kill. Find ich gut. Hm, hm. Ähm... So. Ein Dingensbarn. Ein Kleiderschrank. Lassen Sie mal gucken. Lassen Sie mal gucken. Zeigen mal, es soll ich das. Schon wird oder füllen. Ich fache die Erde. Ich hier. So. Die Blanken. Weg da mit. Blümchen. Können die auch noch rein. Äh... Fleisch. Leckeres Fleisch. Gib mir Hals. Was brauchst du? Gib mir Hals. Was brauchst du? Ja, hast du Hals. Gib alles. Gib alles. Ich will alles. Ich will alles. So. Ich will schlafen. Viel Spaß beim Arbeiten. Oh, guck mal. Wie er alles einschläft. Oh. Die Pinguine fällt einfach um, weil es dunkel wird. Oh. Guck mal. Ich zeig dir mal, wie der Brennstoff ist. Von Gloomer. Der Gloomer Brennstoff? Kann man den echt nur dafür verwenden? Ja. Oha. Du kannst auch essen. Das stellt supergut Essen her und Leben. Mhm. Aber dafür die Sanity um die Hälfte. Ja, geht ja. Besser als verhungern alle mal. Mhm. Nö? Wie? Der Elefant wieder schnarcht. Du Grund. Der Elefant schnarcht Jani. Kann gar nicht schlafen, weil ich so viel rumgeschnarche. Guck mal hier. Da bin ich gleich wieder ganz ausgehungert und mickrig. Uhu. Bordas hierhin. Okay. Zeig. Warte mal. Ich tu mal meinen Rucksack jetzt hier ab. Achso. Ne. Upp. So. Und Wardrobe. Ähm. Wo, wo da ist denn das unter? Rucksack? Oberteil? Oder wie? Ich hab keine Ahnung. Hose ist es nicht, weil ich kann noch nichts anderes auswählen. Ich kann einen Rock anziehen, aber okay. Gell? Na gucken. Seht aus, als ob ich einen Schlüpfer an habe. Hm. Wie gesagt? Cancel. Ne. Irgendwie? Was war das? Warum kann ich das nicht nutzen? Hm. Vielleicht gibt's, vielleicht ist das irgendwo anders drunter? Kann sein. Nicht unter dem Dresser, sondern es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die man... Es gibt ja noch Magic. Vielleicht ist das irgendein Magic-Ding. Okay. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich mache das einfach. Es gibt ja auch das aus. oft ganz bin, ich richtig просто mit numerous Dimmig. Dimmig.